Ach ja, Freunde, diese zufälligen Begegnungen immer. Es geht ja ab und an nach so einer zufälligen Begegnung, die wir hier behandelt haben, auch eine Beschwerde an den Öffentlich-Rechtlichen raus. Und ich kann euch heute eine neue Antwort präsentieren. Und ich muss euch sagen, Leute, ich habe noch nie so eine ausweichende und uns Argumente in den Mund legende, lächerliche Antwort zurückbekommen wie heute. In diesem Sinne, schauen wir uns das mal an. Ein Zufall Der Hauch des Schicksals hat uns zwei berührt. Damit ihr nochmal auf den Stand kommt. Natascha Anahita heißt die Dame. Das Ganze googeln wir und das zweite Ergebnis direkt wieder. Heinrich Böll Stiftung, die parteinahe Stiftung der Grünen. Wir lesen hier, Natascha Anahita, 2015 Power Sharing, was machen mit Macht. Und dort ist ein Link und der heißt Antifra Blog. Aha! Und wir klicken jetzt beispielsweise auf den Twitter-Account von Antifra. Und zu wem werden wir weitergeleitet? Der Twitter-Account der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die parteinahe Stiftung der Linken im Bundestag. Im Impressum vom Antifra Blog finden wir dann heraus, dass das anscheinend ein Output der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist. Wir sehen auch hier den Namen Sigrun Mathisen. Wir bemühen also nochmal Google und unter den ersten Ergebnissen finden wir einen Eintrag über sie bei der Heinrich-Böll-Stiftung, der parteinahen Stiftung von Bündnis 90 Die Grünen. Ach Leute, ey! Unter den ersten Google-Ergebnissen finden wir nicht nur einen Verweis auf die Heinrich-Böll-Stiftung, sondern auch mal wieder auf die Rosa-Luxemburg-Stiftung, der parteinahen Stiftung der Linken. Zu Glück haben wir auch hier den Namen. Wir geben ihn bei Google ein und das erste Ergebnis sagt uns, dieser Mann ist bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, der parteinahen Stiftung der SPD im Bundestag. Wurde er nur nominiert oder ist er wirklich bei der SPD? Wir finden einen Artikel von der Süddeutschen Zeitung. Carsten Schwebe 30, Mitglied im Kreis, Vorstand der SPD-Steglitz-Seelendorf-Berlin. Um wem das noch nicht genug ist, auf Twitter sagt er selbst über sich, er ist bei der SPD. Also Nummer drei! Dreimal hintereinander haben wir Leute, die entweder in politischen Stiftungen, die parteinah sind, aktiv sind oder sogar in seinem Fall nicht nur in der parteinahen Stiftung der SPD, sondern auch in der Partei selbst. Ja, dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, da geht der Puls hoch. Da musste dementsprechende Beschwerde rausgehen. Ich sage dazu, dass ich in meinem Video Bezug darauf genommen habe, dass man in dem Twitter-Beitrag über diesen Beitrag, den man da gemacht hat, nicht erwähnt hat, dass es sich um eine Demonstration der Migrantifa handelt. Das hat man aber in dem vollständigen Beitrag bei RBB selbst schon getan. Von daher ist das nicht in die Beschwerde eingeflossen, jedoch die fehlende Einordnung der Migrantifa als natürlich klar einzuordnende linksradikale bis linksextreme Bewegung. Man hätte auch dazu erwähnen können, dass die schon ab und zu mal durch antisemitische Parolen aufgefallen sind. Normalerweise kommt man ja nicht umher, das beim RBB zu erwähnen, bei der Migrantifa hat man da anscheinend eine Ausnahme gemacht. So, und hier ist dann die Beschwerdeantwort und wir skippen mal ein bisschen runter, wo sie dann auch wirklich auf die Vorwürfe eingehen. Sie rügen die Berichterstattung der RBB24 Abendschau über eine Demonstration vor dem Prinzenbad. Sie schreiben, dass in der Berichterstattung unkritisch und einseitig ausschließlich Menschen zu Wort kommen, die sie als parteipolitisch motiviert und teilweise linksradikal einordnen. Alter, ist das dreist. Junge, Junge. Nein, das ist nicht unser Kritikpunkt. Unser Kritikpunkt ist, dass ihr das nicht als das kennzeichnet. Also das ist ein Strohmann-Argument. In der Beschwerde wird beanstandet, dass da nur Namen stehen und niemand von denen eingeordnet wird. Ihr könnt von mir aus die ganze Zeit nur Linke interviewen, der macht aber wenigstens transparent, dass die in parteinahen Stiftungen oder Parteien aktiv sind. Das war der Kritikpunkt. Also an dieser Stelle schon direkt ein Strohmann-Argument, was man uns in den Mund legt. Das ist dann natürlich ein tolles Argument, was wir nicht gemacht haben, an dem man sich dann in der Beschwerdeantwort abarbeiten kann. Nochmal zusammengefasst, das ist nicht unser Kritikpunkt. Unser Kritikpunkt ist, ihr macht nicht transparent, dass die Leute in parteinahen Stiftungen oder Parteien aktiv sind. Der euch zwangsfinanzierende Zuschauer hat ein Recht darauf, das zu erfahren, dass die Meinungen, die ihr da hört, alles andere als bürgerlich oder überparteilich sind. So, das kann ja schon mal heiter werden. Wir schauen mal weiter. Sie kritisieren die Berichterstattung als einseitig. Nein! Haben wir nicht! Weil nur Menschen eines politischen Spektrums zu Wort kommen. Die Teilnehmenden der Demonstration seien links. Das ist eindeutig und offensichtlich. Die Redaktion hat sich entschieden, über die Demonstration zu berichten, da sich die Teilnehmer kritisch mit den Maßnahmendestiner... Ach, Leute, es geht doch nicht darum, dass sie links sind. Es ist eine legitime politische Einstellung. Die dürfen gerne links sein. Ihr sollt nur kenntlich machen... Also, ich... Ich drehe am Rad, Leute. Ihr sollt kenntlich machen, dass die in parteinahen Stiftungen oder Parteien aktiv sind. Ist das denn so schwer? War dieser Vorwurf zu gut formuliert, sodass man uns die ganze Zeit, also jetzt schon das zweite Mal, diesen Strohmann vorsetzt? Wir wissen, dass ihr tendenziell berichtet. Leute, merkt ihr, was die da antworten? Ja, es ist wirklich... Es fühlt sich so an, als würde man uns ins Gesicht spucken. Dabei kam ein großes Spektrum an Meinungsäußerungen zu Wort. Vertreter des Senats und der Opposition, Psychologen und so... Leute, oh mein Gott. In der Berichterstattung ist es uns durchaus erlaubt, uns punktuell auf eine Gruppe, ein Ereignis zu fokussieren. Ach, Leute. Ah, das war nicht die Kritik! Merkt ihr das? Direkt am Anfang wird dieser Strohmann formuliert, der nicht unsere Kritik beinhaltet. Und jetzt arbeitet man sich direkt in den nächsten Absätzen an diesem Strohmann ab, der nicht unser Argument darstellt. Haben die die Beschwerde überhaupt gelesen? Ich denke schon, sonst hätten wir ja keine Antwort. In der Beschwerde ist für jede Person ein Absatz zu finden, mit Quellen, die belegen, dass sie für diese Stiftung arbeiten oder gearbeitet haben. Wird man darauf noch zu sprechen kommen? Auf unsere wirkliche Kritik? Wir schauen mal weiter. Sie kritisieren, dass wir Simin Javabreh zu Wort kommen lassen. Sie sprach hier für die Migranti-Fahr. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk aus antirassistischen Initiativen. Ist ja in Ordnung, wissen wir. Das in Teilen linksradikale Bündnis wird nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Das heißt, deswegen ordnet ihr das nicht ein. Aha. Es gab in der Vergangenheit Vorwürfe des Antisemitismus gegen Mitglieder des Netzwerks, von denen sich die Gruppe aber klar distanziert hat. Die Meinungsäußerung von Frau Javabreh beinhaltet keine radikalen oder antisemitischen Inhalte. Alter. Ich meine, das ist jetzt nicht unser stärkster Kritikpunkt gewesen oder so. Aber im Hinblick darauf, wie Öffentlich-Rechtliche unter anderem beim Falle Maaßen das Wort Globalist als antisemitisch einordnen, würde man ja eigentlich annehmen, dass wirkliche antisemitische Äußerungen einer Bewegung, Anti-Israel-Parolen zum Beispiel, wie bei der Migranti-Fahr in Hessen, dass man das gerne mal erwähnt. Aber anscheinend, so mutmaße ich, ist da mit der Distanzierung Genüge getan. Wäre es das auf der anderen Seite? Hm? Gute Frage. Aber hier muss das auf jeden Fall nicht mehr erwähnt werden. Vielleicht interessiert sich der eine oder andere Bürger ja dafür, dass man sich in der Vergangenheit mal so geäußert hat. Man interessiert sich in den Öffentlich-Rechtlichen doch sehr oft für die Vergangenheit, zum Beispiel einiger Politiker und macht daraus ein großes Ding. Aber gut, ist nicht unser stärkster Kritikpunkt. Wir kommen jetzt, glaube ich, wirklich zum Eingemachten. So, ich glaube, hier kommen Sie wirklich auf unsere richtige Kritik zu sprechen. Sie kritisieren, dass wir im Beitrag weitere Menschen interviewen, ohne sie einer Organisation oder mit ihrer Berufstätigkeit einzuordnen. Ja, das ist unser Kritikpunkt. Also jetzt die Antwort. Wir fragen unsere Gesprächspartner in der Regel nicht, mit welcher Partei sie sympathisieren oder ob sie einer angehören. Ja, bravo! Die fragen also gar nicht. Die fragen nicht. Interessiert uns das als Zuschauer? Ich weiß es nicht. Wie seht ihr das? Schreibt das in die Kommentare. Also, mich interessiert das sehr, weil ich dann die Meinung, die da geäußert wurde, nochmal mit einem anderen Blickwinkel betrachte. Solange sie keine Funktion in einer Partei wahrnehmen, spielt das auch keine Rolle. Die bloße Mitgliedschaft in einer Partei wird von uns nicht offengelegt. Ja, ich meine, also, da ist man ja ehrlich. Also, man will gar nicht nachfragen. Man will gar nicht nachfragen, ob derjenige, der sich da äußert, in einer Partei ist oder in einer parteinahen Stiftung arbeitet und damit ganz klar, ideologisch auch, der Parteilinie getreu sich äußert. Da fragt man gar nicht nach. Interessiert euch das vielleicht als Zuschauer? Tja, ist egal. Die fragen halt nicht. Wird von denen halt einfach nicht offengelegt. Also, ich meine, es ist sehr ehrlich an dieser Stelle. Da sage ich auch nochmal Danke an den RBB. Aber warum macht ihr das denn nicht? Macht das doch. Ist das denn so schwer, eine Frage zu stellen? Hä? Die Meinung der Gesprächspartner spiegelt sich dann in ihren Äußerungen wieder. Ja, in was denn auch sonst? Unsere Reporter führen zu Menschen, die wir befragen, Kurzrecherchen durch und bewerten, ob sie Funktionsträger sind oder nicht. Aha! Aha! Also, man recherchiert trotzdem, aber macht es dann nicht für den Zuschauer sichtbar, oder was? Nur wenn sie für eine bestimmte Organisation sprechen, wird das im Insert genannt. Das ist hier geschehen. Ja, bei der einen Person, wo ihr sagt, die ist bei der Migrant-Tifa. Bei allen anderen, die sprechen ja als Privatperson. Kriegen zwar Gehälter von Rosa Luxemburg und Heinrich Böll, aber da sind die vollkommen privat. Die private Meinung ist eine komplett andere. Also glaub mir, RBB, die Zuschauer wollen so etwas wissen. Nehmen wir zum Beispiel an, ich unterhalte mich mit jemandem über Mülltrennung und dann hält er mir da einen riesigen Vortrag. Dann denke ich mir, Mensch, was macht denn der beruflich? Und dann sagt er mir, ja, ich arbeite bei der Müllabfuhr. Und dann denke ich mir, ah, jetzt verstehe ich, warum der sich so gut auskennt und so sehr darüber beschwert, dass der Müll nicht richtig getrennt wird. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Wenn ich zu den Meinungen, die da geäußert worden sind, noch erfahre, dass man in linken Stiftungen arbeitet, dass man für Antifra schreibt, dann verstehe ich auch die Meinung nochmal ein bisschen anders. Ich meine, es geht hier auch um ein politisches Thema. Politisch. Wenn da jemand in einer politischen Stiftung ist, dann ist das interessant für den Zuschauer. Um nicht zu sagen, es sollte eure Pflicht sein, das anzumerken. Junge, Junge. Man schreibt hier weiter, dass man die eine Person im Insert genannt hat und das sei hier auch so geschehen und insofern sieht man hier keinen Verstoß gegen den Staatsvertrag wegen fehlender Recherche. Ey, das finde ich cool. Ja, wir machen kurz Recherchen und da machen wir sie nicht transparent, aber uns kann keiner vorwerfen, wir hätten nicht recherchiert. So, so, so. Leute, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Wir lesen einfach mal weiter. In dem Beitrag stellt unser Reporter die Haltung der Demonstrierenden dar, ohne sich mit ihnen gemein zu machen. Die genannten Aussagen werden eindeutiger als die Meinung der Teilnehmer wiedergegeben. Ja, klar, die reden ja auch. Selbst für sich, denke ich. Einen Mangel an Überparteilichkeit sehe ich nicht. Das ist schon wieder der Strohmann vom Anfang. Jetzt schon zum dritten Mal. Das ist nicht unser Kritikpunkt. Unser Kritikpunkt ist, ihr macht nicht transparent, dass die Leute sich zu politischen Themen äußern, während sie in politischen Stiftungen sind. Dies versetzt sie als Zuschauer in die Lage, sich ein Bild von der Demonstration zu machen und sich mit den genannten Meinungen auseinanderzusetzen. Nochmals, liebes RBB. Ich kann mich noch besser mit den genannten Meinungen auseinandersetzen, wenn ich weiß, dass derjenige, der diese Meinung äußert, nicht einfach irgendein dahergelaufener Bürger ist, sondern jemand, der bei der parteinahen Stiftung der Grünen, der Linken oder der SPD arbeitet. Das hilft beim Einordnen der Meinung. Und ihr sagt mir, ihr recherchiert das sogar, aber macht das nicht kenntlich, weil ihr davon ausgeht, dass Leute, die unter anderem in einem Fall wahrscheinlich Gehälter von zwei Stiftungen bekommen, sich entgegen der Meinungen der Stiftung äußern oder was? Ey Leute, das ist wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, man möchte mich hier veräppeln. Und das ist ein nettes Wort dafür. Ich kann eine Verletzung der Programmgrundsätze des RBB aus den genannten Gründen nicht erkennen. Ich weise ihre Programmbeschwerde deswegen nach sorgfältiger Prüfung des Sachverhalts als unbegründet zurück. Tja. Also Freunde, es geht hier zum Beispiel um den Paragraf 3 Abschnitt 5 RBB Staatsvertrag. Das ist der Paragraf der Sorgfaltspflicht. Der verpflichtet nicht nur zur Überparteilichkeit. Und wenn die aufgrund der Interviewpartner nicht gewährleistet werden kann, müsste auf diese Befangenheit auch entsprechend hingewiesen werden. Das haben die versäumt. Und zum anderen führt man hier Leute, die in parteipolitische Angelegenheiten involviert sind oder bei Stiftungen arbeiten, als Demonstranten oder Badegast ein. So, jetzt gibt man zu, man hat diese Background-Checks gemacht, aber grundsätzlich, grundsätzlich blendet man das dann nicht ein und macht das für den Zuschauer transparent. Stellt sich für mich jetzt die Frage, warum dann überhaupt der Background-Check? Wenn man es eh nicht einblendet, was man da herausgefunden hat. Warum dann dieser Background-Check? Macht man den, damit man da nicht aus Versehen jemanden von der AfD vor der Kamera hat oder so? Also, warum macht man den, wenn man es nicht transparent macht? Also, da wäre ich doch durchaus interessiert, was da denn der Grund für ist, ja? Könnt ihr euch alle selbst mal überlegen. Wir kommen zum letzten Absatz. Ich habe aus ihrer Beschwerde jedoch auch deutlich den Wunsch nach stärkerer Einordnung und Orientierung in der Berichterstattung gehört. Ja, kam vielleicht zwischen den Zeilen so ein bisschen raus, ich weiß. Ein Satz zu den Organisatoren des Protestes hätte bestimmt nicht geschadet. Oh ja, auch wenn es aus den Äußerungen klar hervorging, um was für eine Demonstration es sich handelte. Wäre ein Halbsatz wie, hier demonstriert ein Bündnis aus linken Gruppen und antirassistischen Initiativen kein Fehler gewesen. Ja, es wäre besser als nichts, aber man sollte wahrscheinlich eher sagen, ein linksradikales Bündnis, was schon durch antisemitische Äußerungen in der Vergangenheit aufgefallen ist. Auf der anderen Seite ziemt man sich ja nicht davor, warum dann hier? Ich habe die Redaktion entsprechend sensibilisiert. Ich würde mich freuen, wenn sie unser Programm weiterhin so engagiert und kritisch begleiten. Na, wären wir. Ich meine, wenn die Redaktion jetzt entsprechend sensibilisiert wurde, dann wird so etwas in dieser Art sicherlich nicht mehr vorkommen. Ne? Wir nehmen euch beim Wort. So, und das war dann auch die Beschwerdeantwort. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr über diese Antwort denkt. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützenswert findet, gerne eine Kanalmitgliedschaft annehmen, abonnieren, reicht wohl auch. Können wir auch auf Telegram folgen für ein bisschen Exklusiv-Content. In diesem Sinne ein paar teilweise gestrohmante Beschwerdeantworten zu analysieren. Schadet nie und f*** PC. Schadet nie und f*** ich auch auf Telegram folgen für ein bisschen Exklusiv-Content.